Der 98.3 Superfly Event-Tipp Wer gern auf Flohmärkten stöbert und gern ausgeht, muss das meistens getrennt tun. Auf dem Mondschein-Bazaar aber kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nach dem großen Erfolg der ersten Ausgabe im Oktober findet er nun schon zum zweiten Mal statt. Das Besondere am Mondschein-Bazaar ist aber nicht nur, dass er in der Nacht stattfindet, sondern auch das Rahmenprogramm. Bands und Performances machen den Abend zu einem Erlebnis und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Spannend ist außerdem, dass die Verkaufsplätze nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip vergeben werden. Die Bandbreite an Angebotenem ist dementsprechend groß. Good Music, Good People, Good Food. Beim Mondschein-Bazaar am 13. Dezember in der Anker Expedithalle. Der 98.3 Superfly Event-Tipp.